So meine Lieben, herzlich willkommen zurück zu Bioshock 2. Das läuft gerade. So richtig. Das Ding hier. Oh nee. Noch Ruhe. Damit kann ich das auch immer da mal weg. Schiengebär. Oh, das macht ja das Teil. Diese ganze Prophetie. Du glaubst nicht, dass man in die Zukunft sehen kann. Ich hab mal was gesehen, wenn man sich hier ankam. Es war ein Traum. Der ist auf unserer Seite. Noch gut. Und es stand in Flammen. Man weiß, was hier gleich abgeht. Aha. Also, los. Oh. Das. Das ist möglich. Ich habe mich in. Das ist viel gemacht. Dass ich mich in. Ich habe mich in den Griff. Ich habe mich in. Ich gebe mich in. Ich bin hier. Ich bin hier. Ich habe die Nase. Ich habe das Kilo. hat sie ihn zersägt ja? sehr schön, dann gib mir mal die Gatling mit Munition hier da hab ich noch zu tun dran kann man auch gebrauchen, oh dann gib her die Kohle dann geht was immerher mit den Munn geben, schön reinkaufen gehen so, jetzt müssen wir mit dem Ding wahrscheinlich da irgendwo rüber will ich noch annehmen hier, ja Lockpad freut da vorne gleich so, dann gehen wir aus dem Weg, kleines das sieht kinder leicht aus fertig zisionsgewehr oh das sind schöne Paketen wer die beiden sind die beiden, zumindest sie, erfand die Technologie durch die diese Stadt schwebt Riesenbalance Quantenpartikel, die in fixer Höhe in der Raumzeit hängen also nicht Riesenbalance aber in meinen Büchern stand, dass sie vor ein paar Jahren spurlos verschwunden sind ich sagte ja sie kommen das stimmt gut ich wollte sagen dass sie kommen hast du aber nicht aber ich sag's nicht ist das korrekt etwas sagt mir die sind nicht das was sie zu sein scheinen ich wollte gesagt haben dass sie kommen nein der Subjuntiv das ist kein Subjuntiv ich glaube die Syntax ist noch nicht erfunden zu haben gehabt haben sein zu haben gehabt haben sein das stimmt doch nie die scheinen helfen zu wollen die scheinen sie nicht alle zu haben die scheinen sie nicht alle zu haben seltsam was denn der Fakt, dass wir oft den Satz des anderen beenden ganz genau umgekehrten ist seltsam was denkst du wie die das machen dazu komme ich wenn ich das mit der schwebenden Stadt kapiert habe also Schläger geht's eigentlich kaum ne aber es ist irgendwie eine gute Geschichte ich hab's gerne gespielt ne und auch wirklich durch einmal komplett hin aber dann halt noch mit das abstruseste aber ja was willst du machen abstruse Spiele haben abstruse Enden oder so ja wo ist er... ja wo ist er ja wo ist er den ganzen Propheten ja ich denke schon was sperrt er mich denn ein tja ich schätze du wolltest nicht aufgebaut werden vielleicht hatte er was in petto um dich gefügig zu mahnen ich glaub das würde ich gar nicht wissen das ist die dachten sie bleiben habe ich ja mehr oder weniger mit absicht gemacht was gibt es denn hier Terrarina, Schrotwinder, Räuber Schwarzbuch ist eigentlich immer ganz nett noch 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 mehr Geld Punkt. Oh! Tödliche Stampede! Gezäunen von Männern! Genutzt um zu zähmen den wachenden Drunken. Oh, denn? was ist denn da kaputt sinnvoll ist das jetzt wieder verschwindung aber gut ich hab ja 25 stücke so ferns naja bisschen credits ne ob ich direkt eins zurück ja aber irgendwie hier müssen wir noch gar nicht hinlegen oh jetzt sieht das selbst super aus naja da müssen wir hin na den hat's aber weggeburned junge junge da hab ich aber reagiert ne immer geld können wir immer verbrauchen mr comstock wenn wir uns das nächste mal treffen dann nicht zu verhandlungen sehen sie ich war bei dieser hall of heroes auf ihren falschen Hirten für sie zu skalpieren er stellte sich aber raus do it spricht zu half mir mich mit dem vergrüppelten jungen zu verständigen den ich mich neuerdings kümmere nachdem ich nun gehört habe wie es dem kleinen in ihrer stadt erging denke ich wenn wir ihn in die kopfhaut abziehen lass ich ihm das messer halten vor allem das richtige gemacht ne willst du dir das mal ansehen mal sehen na komm mach auf das ding fertig fertig mal sehen wir mal sehen was es hier gibt ja oops ja boot ja 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 kaputt sind ja nur ihre schritte die natürlich nicht aufgeht ok wie sieht das aus ausrüstung wird eine gesundheit extrem niedrig ist fügst du zweifach schaden zu das ist interessant die legen wir mal an wir gucken uns mal die kaputten toiletten an hier wahrscheinlich gibt es ja irgendwas in den ethoskop wieder mal da geht es um diese beiden ok ja jetzt geht es ja nur noch zurück jetzt kann ich dann also tatsächlich nur noch nach da oben und da wird es jetzt weiter gehen das ist ein boom Den hab ich hochgejagt. So, die Gatling hat leider leider keine Munition mehr. Aber was willst du machen, ey? Mir auch so. Was gibt's denn hier noch so Feines? Nichts mehr, oder? Munition! Hm. Da sollen wir weiter. Hm. Hier, gut aufheben. Danke. Danke für die Kohl. Boah, dinget. Das machen wir dann aber wieder in der nächsten Folge weiter. Ich sag mal, bis dahin. Macht's gut. Danke. Vielen Dank.